Oder willst du es woanders dann ballern? Du sollst das ja jetzt doch gleich verarbeiten Du musst aber sortieren mit ner Pipe oder so, ne? Naja Anders gehts ja nicht Naja Oh, hier ist das alles Kann man ja einstellen Naja Das ist ja Bratwürstchen, wisst ihr das eigentlich? Ihr Bratwürstchen Was? Du bist ne Bratwürst? Nö Doch Sicherlich nicht, du Bratwürst Sicherlich doch Centus WTF Black Hallo Ich mach den Kirchenchor hier Du bist ein Kirchenchor? Nein Mann Das ist mit dir falsch Alles ist mit ihm falsch Weißt du doch Ich und Kirche Hast du gelitten? Der ganze TS hier und Kirche Oh mein Gott Oh mein Gott Nicht mal werden alle in einem Chor Lass uns einfach ne Religion gründen Als ich in der Kirche war, hab ich geschlafen Ja 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 Das ist drauf Alle stehen auf und meinen so Ja ich steh auf Das ist aber auch hammerlangweilig Glas 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 Ach so schnell Man kommt da rein schon die pure Langeweile Kommt einem ins Gesicht gesprungen alter Ja Leg mir zu Ins Gesicht rein Gleich mit dem Furz so rein Verordnen Verordnen Echt Ah ich hab keine Steine Hab ich noch Steine von hier Oh ich hab ne Fortune Spitzsacke Uuuuuh Geil Uuuuh Bei dir Keks Nö Freu dich Keks Möchtest jetzt was ausprobieren Wolltest du nicht diese fette Spitzsacke machen? Mh Ja Aber sonst muss nicht irgendwie Oh mein Handy vibriert Oh Centus Das hätt nix gebracht Ja Was denn? Warum hast du mich eingeschrieben? Wo bist du gerade? Oh du armer Centus Was denn? Centus Hat wieder Langeweile 500.000 RF Mein Handy liegt auf ner Gummihöhle da Hörst du das vibrieren Hier bin ich Auch jetzt raus Ah ich brenne Warum F*** soll ich rauskommen? Oh bitte kurz raus Ob du geschlagen werden kannst Uuuuh Ah Ein Herz Echt? Wer war das von euch? War keiner Ich war's nicht Mein Handy hört sich anders an War's von der War's von der War's von der War's von der Jo Ah Was habt ihr denn schon wieder? Ich bin grad produktiv Du bist nicht produktiv Ja kann ich ja nicht Wenn Blake mich die ganze Zeit hier Was machst du denn Blake? Ich hab den grad geguckt Ob das dieser Stab ist mit dem I want to do Kann oder wieso nicht Nein Da will ich die ganze Zeit YOLO mit rumlaufen Ja Was denkst du nicht? Ähhhh Wo Oh Black alter Black du hast Langeweile Black ist ne arse Wie weiß man ja Black Vielleicht brauchst du die ganzen Steine hingemacht die ich die gegeben hab Ähh Verbraucht Wohin Wofür 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 Für Stone Ähm dostęp Ich bin oben aber unten Naja Oben aber unten A красивo Heheheh Jetzt bitt das wieder an Die Mitte hinten richtig rein So 友 Ich brauch 8 Stack Whetstone einen Stack Eisen da freut sich zentos erst mal wie ich jetzt immer ihr bei alten zweck nehmen mir einsteck davon so lange noch genug bleibt bleibt aber nicht lange was fällt dir ein was fällt dir ein black bist du gerade hier und der wtf ist hier wird der fk mal bitte nach links und tue mal die wetzern blöcke bitte da rein ja da sind wetzern blöcke die habe ich nicht mehr platzmäßig rein bekommen da wieder zurück in die kiste hat irgendjemand von mir nein für dich nicht hast du die wetzern blöcke aufgehoben ja die acht stück da ja die hättest einfach nur in jede kiste wieder reintun sollen ok sind das ein spaß die ofen anja was willst du brauch ich mal eben spaß die ofen du meinst die händen ein rest zu laufen ratz dohne milone was bist ne melone sachen hier damit ich fertig bauen kann fertig bauen kann fußroh da glas kannst du dir kann man den blast fern ist auch glas machen nicht meine güte Ah, lecker. Kann ich mal, kann ich mal bei, äh, mehr Blätshauts drauf nehmen. Ich probiere uns für Riedstube. Ja, ja. Findest du? Ne? Das dauert noch einen Moment. Ich brauche noch Zwiebelschimmer. Hm, Cock. Hm, Cock. Hm. Was fehlt das? Erzählst du ja sowieso. Nein, ich doch nicht. Ach, ihm ich hier noch nicht, ey. Ihm ich hier noch nicht. Typ. Kommt der Typ an, der Typ. Cooler Typ bist du. Kein geiler Typ. 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 Bist du eine Zippe? Hey. Ho. Hey ho. Hey ho. Let's go. Ja, ja, ja. Na, 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 na. Na, na, na. Okay, vor zwei Minuten wusste ich noch, wie man Silikon macht. Ja. Hä? Geht doch einer zum Doktor, wenn du Silikon brauchst. Der Spritz. Oh, dein Baumarkt. Abspritz-Silikon. Dichtung-Silikon. Abspritz-Silikon. Oh, Centros. Das fände ich, glaube ich, das Dichtung, oder? Mensch. Doch, bin ich. Das war ein Turquist-Wilds-Fighting-Gleis. Geh doch mal Abspritz-Silikon kaufen. Abspritz-Silikon. Und diese Packung geht einfach nicht auf. Warum zum Teufel verpacken die einfach so das Getränk da drin? Ah, ist halt laut. Der Soundmuffler hat gerade nicht funktioniert. Ah, mein Kopf. Ja, Mann, vergeh da nicht. Das dummes Stück, Alter. Ey, ein Schubler da reingetroffen. Geil. Der wird richtig harte. Du, jetzt müssen ein bisschen 10 plus Quarz nehmen. Ah. So. 2,30 davon, 2,30 davon. Ein Steck, 64. Das ist eine kräftige Worktable hier. Ach. So eine Worktable, wo man eine Kiste nehmen machen kann. Brauche ich nur eine Worktable ins Crafting-Table tun, ne? Eine Workbench. Ja, eine Workbench. Woh. Halt die Fresse. Aua. 4. Oh, oh, ich habe ein leichtes Problem. Was denn? Er hat es gehört? Nee. Keine Ahnung. Okay, sehr froh, dass du es nicht gehört hast. Ein Ruf aus dem tiefsten Wäldchen. Der Ruf schallt raus in die Natur. Ich weiß, ich bin ein bisschen behindert. Ich habe fast ein Storage Cluster. Das war schläft. Ne? Hier ist es nicht. Jetzt habe ich den anderen Zettel nicht mit, oder? Ne. Schlecht. Wann geht die Sonne Minecraft auf? Um 8 Uhr? 3. Um 8. Ne. Ah. Das macht er bis... Bis 18 Uhr erstmal. Hier unten. Oh. Wollt ihn lädt er bis 12 Uhr mittags auf. Weiß ich? Dann ab 13 Uhr... ...